Servus Leute! Willkommen zurück zu The Prince of Persia, The Science of Time. Ja, erzähl du mal. Ich spring lieber gleich mal zum Ende der Geschichte. Okay, äh... Wirst du wahrscheinlich, muss ich Papa irgendwie platt machen, aber... Ich hab keine... Warum packe ich denn immer wieder... Ja, frag mich, was leichter ist. Haut ab! Ich will eigentlich Papa hier. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn platt machen soll. Nein! Du solltest nicht den Kleinen da erstechen. Ja, das war jetzt klug. Das war so klug. Mach, mach! Es! Hä? Wie hab ich denn das jetzt gemacht? Das Mädel kriegt voll auf die Schnauze. Ja... Ja, sie sind betäubt. Ich traue mich nicht zuzuhauen, weil sonst nehme ich Schaden. Oh, ich hab geblockt! Lüg mich nicht an! Sieht irgendwie cool aus, so, ja. Jetzt schlägt er... Nee, jetzt schlägt er nicht zu. Warum krieg ich ihn nicht? Warum krieg ich ihn nicht? Warum kann ich den Typen nicht schaden? Oh, ich hab irgendwie getreten. Papa wehrt irgendwie alles ab. Ich hab keine Ahnung mehr, wie der Typ heißt. Ausgestattet der Name ist überhaupt schon vorgekommen, weil... Ich weiß es gar nicht. Der Bosskampf ist bis jetzt nicht so schwer irgendwie, aber ich weiß nicht, was ich machen muss. Das Mädel kriegt die ganze Zeit auf die Schnauze. Wow! Nein! Oh! Ja, toll. Die Frau ist gleich tot. Guck, was ich mache! Irgendwie stirbt er nicht. So, erst wenn er zu Boden gegangen ist. Ach, und die können mich abwehren. Hä? Habt ihr euch grad gegenseitig gekillt? Und ich wissen würde, was ich machen muss, weil der Bosskampf vielleicht nicht ganz so... ...hat. Achso, der wehrt mich ab, wenn er blockt. Ja toll, die Frau ist tot. Ähm... Hm... Also die einzige Schwierigkeit an dem Boss hier aktuell ist, dass ich nicht weiß, was ich machen muss. Das ist das einzige schwierige Grad. Weil der Typ hier blockt alles ab. Der nicht, weil er schwach ist. Ja gut, vielleicht ist es doch nicht. Den kann ich auf jeden Fall nicht so abwehren. Aufstehen! Oh... Hat geblockt, der Knecht. Aufstehen! Was brauchst du so lange? Wahrscheinlich, weil ich keine Taste drücke. Der da! Perfekt. Okay. Den werde ich irgendwie nicht so los. Ah, warum?! Irgendwie gefällt mir der Bosskampf nicht so. So kann ich ihn zwar austricksen, aber es bringt mir persönlich gar nichts. Ach, er hat wieder abgehört. Warum macht er es jedes Mal? Mann! Hier! Stochen! Stochen! Die Frau kriegt weiterhin auf die Nuss. Das bringt mir leider gerade nichts. Kann ich nicht irgendwie andere Angriffstechniken... Außer das fällt mir gerade nichts ein. Ach, ich habe es schon wieder gemacht. Ich habe gesehen, dass das nicht... Aufstehen! Ich vergesse es jetzt. Jedes Mal, dass ich etwas drücken muss. Habe ich nicht noch andere Angriffsmethoden? Ich kann den... Kann mich gegen... Dies... Gegen... Seinen Move hier nicht zur Wehr setzen. Gebt er jetzt mal auf. So ist es jetzt zumindest in der Ecke. Ich glaube, ich habe gerade getreten. Moment, Rückzug. Äh, Rückzug. Zurückspulen. Ja. Ha! Das hat mich jetzt getroffen. Okay, dann passe ich auf. Nein. Ja, 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 ja. Bin schon wieder da. Ja. Jetzt... Nee. Ich habe... ...keinen Plan. Ja. Super, gerade wo ich ihn hatte. Aber die Frau ist auch... ... bald tot. Warum wehrt er mich die ganze Zeit ab? Das ist... ... idiotisch. Ja. Ja, super. Dritte schnitten. Und diese Gegner nicht immer wieder kommen würden. Ja. Ja, super. Falsche Taste. Ja, ja, roll dich rein. Die Frau ist übrigens auch gleich vernichtet. Wenn ich beide Tasten gleichzeitig drücke? Nee, bringt gar nichts. Hallo, Papa. Und sich dein Schlag gegen die... Ach so, Moment. Ich glaube, ich habe es verstanden. Die Frau... Er wehrt die... Er wehrt die... Er wehrt die Pfeile der Frau ab und dann muss ich ihm schaden. Was aber irgendwie nichts bringt. Ja, super. Das war nicht geplant. Ja. Ach. Ach. Irgendwie macht der Kampf nicht so wirklich Spaß. Okay. Mein Plan, die Frau müsste eigentlich auf meinen Vater gehen. Damit ich dann dem Vater schaden kann. Gut zerschnitten. Aber der kommt wahrscheinlich auch wieder. Für mich ist es gut, wenn... Wenn die alle auf mich gehen. Und der ist... Nee, der lebt noch. Verdammt. Die Frau mittendrin. Ich müsste die irgendwie... die Wildglocken. Schnell. Fahr weg doch. Und der andere da hinten, der ist auch... kritisch. Ach nein, der Blauer ist ja da. Ach nein, der Blauer ist ja da. So, schnell auszutzeln. Da ist Papa. Zwei Blauer. Ja, das ist doch widerwärtig. Okay, zwei Schläge mit Fiek und dann einer mit Dreieck. Dann ist so ein Typ... Daumen. Ja, du sollst eigentlich den angreifen, auf den ich es eigentlich abgesehen habe. Nicht den. Ach egal. Gleich draufhauen. Draufhauen. Und aussaugen. Und wenigstens kann ich jetzt oft... Time Reset. Oder wie es heißt. Ach, er kann mich natürlich trotzdem abwehren, die Gurke. Hinter mir ist die Wand, Mädel. Du musst schon differenzieren hier. Nee, da habe ich jetzt zu viel auf die Schnauze bekommen. Ja, greift euch nur gegenseitig an, ihr Loser. Ach, ich mache denselben Fehler schon... Ja! Nein! Oh, ich kann so einen Konter-Move. Der ist ja... Geil. Das war eigentlich nicht geplant, aber egal. Ach, er hat meinen Tritt abgewehrt. Ach, ich hasse euch, dass ihr das könnt. Und ich hasse auch das. Boah, ich kann aufspringen wieder. Uh! Yeah! Stylisch! Ja. Ich will diesen Schlag nicht kassieren. Ah! Ja! Ja, noch mehr! Geil! Warum kann der das? Ich habe ihn angegriffen. Also, das Spiel ist irgendwie nicht so logisch angehaucht. Weil der kann nicht abblocken, während ich ihn die ganze Zeit vernichte. vernichte. Saug ihn aus! Nicht den! Weil der... Der lebt sich jetzt gleich wieder, ja. Na super! Ja, ja, ja! Ich weiß nicht mal, wie man Kamerasicht ändert. Also, wie man einen anderen Gegner analysiert. Aber passiert das automatisch. Ja, greift doch nur gegenseitig an die Loser. Und zwar muss ich hier die ganze Zeit stehen. Daneben! Ah! Okay, ich muss jetzt erstmal nachdenken. Ich bleibe jetzt hier erstmal schön stehen. Lalalala! Häng dich nicht so auf. Okay, meine Frau ist da hinten. Was? Wie hat er das gemacht? Das war, weil ich die ganze Zeit geblockt habe. Geht das irgendwie auf die Ausdauer? Wahrscheinlich. Ne! Ähm, Frau, du könntest dir auch mal... Ja, super. Dein Hintern bewegen! Ich wusste was, killt mich. Nö! Großbring mich um. Ich versuche, es ist schon verkackt. Dieser Kampf macht so wenig Spaß. So unglaublich wenig. Ja! So, der ist jetzt erstmal langsam. Vielleicht bringt das was. Was zum... Boah, gerade noch abgewehrt. Weil... Die Anvisierung müsste echt noch gelernt werden, weil ich habe keine Ahnung wie funktioniert. Du nicht! So. Ich verstehe es irgendwie nicht. Das war der Falsche. Auf! Hilf mir! Mitten im Getümmel! Ja, wenn der diesen Move macht, dann... Bin ich sowas von am Ende. Vielleicht während der den Move macht, ihn angreifen. Na gut, das war jetzt nicht so geplant. Ach, scheiß Dreck! Ja, greift doch nur gegenseitig an mir! Sperenzien! Ihr Sperenzien. Das ergibt nicht mal Sinn. Kill ihn! Hilf mir! Egal was ich mache, ich kriege ihn nicht. Dann springen kann ich die beiden Kollegen auch nicht. Der einer ist auch ausgezutzelt. Ey! Das hab mich gehalten getroffen. Irgendwie nichts. Ja! Die Gane ist weg. Ich komme immer neu. Ja, greif ihn an! Ziel doch nicht so lange! Der steht direkt vor deinem... Du hast den Falschen angezielt. Mein Gott. Die Frau ist so doof. Ach, wollte ausweichen. Nö. Zwei Treffer in Folge? Nö. Jetzt springt rüber! Jetzt wird der Divell wieder ab. Höh? Nö. Hallo? Ach, der Typ dreht schon wieder durch. Nee, ich habe echt keine Ahnung, was ich hier bei einem Bosskampf machen muss. Ups. Ich habe null Plan, sorry, aber... Ein Bosskampf, der für mich nicht ersichtlich ist, wenn ich nicht weiß, was ich mache, der ist irgendwie nicht so gut gemacht. Und das hat jetzt irgendwie nichts mit Schwierigkeit oder so zu tun, weil bei anderen Bossen, aus anderen Spielen, ja, das war mein Fehler, da ist es ersichtlich, wann ich irgendwelche Fehler mache. Aber hier? Keine Ahnung. Laut meinem Denken müsste ich, äh, Fahrer, oder wie sie heißt, mit den Pfeilen auf meinen Vater schießen lassen, dass er dann den Pfeil irgendwie abwehrt und dann müsste ich ihn erstechen, oder? Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ja, und ich schlage auch zu und das trifft irgendwie nicht. Wenn die wenigstens nicht immer wieder kommen, dann... Okay, hätte ich eine Chance. Auf, auf meine Frau zu gehen. Das ist eigentlich meine Frau, aber es ist egal. Vielleicht muss ich sie nur beschützen. Ja, wenn er durchdreht... Ach, komm, ne, ich. Ne, sorry, ich werde jetzt nachgucken, wie ich den besiege, weil... Der Bosskampf macht NULL Spaß. Er ist leider nicht gut durchdacht. Meiner Meinung nach, Fahrer müsste den Typen im Pfeil abknallen und nicht in den Mann greifen. Aber irgendwie funktioniert es nicht, also... Soll ich weiter erzählen? Ja, ich hoffe, der Pfeil hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fiat euch! Fiat euch! Ver Tablos!